herzlich willkommen zu diesem video ich habe ja bereits erzählt dass auch zum thema psychologie etwas kommen wird und heute gibt es mal ein paar allgemeine tricks die im alltag gelten bzw auch im verhältnis zwischen mann und frau also man könnte auch dating tipps dazu sagen und ja ich fange an mit den alltagstipps also ich habe mir hier eine liste aufgeschrieben das erste was ich mir aufgeschrieben hat personen beruhigen wenn ihr zum beispiel streit mit jemandem hattet oder eure freundin hatte ihn gerade streit mit ihrem typ was weiß ich und ihr wollt ihr dann beruhigen dann was eine coole möglichkeit ist es essen also ihr gibt der person essen oder ihr es selbst und die person schaut euch beim essen zu es hat eine extrem beruhigende wirkung ich weiß jetzt nicht wirklich warum aber es wurde halt bewiesen und das ist eigentlich ganz witzig dann was sie auch noch machen könnt ihr habt oder ihr solltet versuchen konfrontation zu vermeiden also ich sollte euch nicht direkt gegenüberstehen und ins gesicht zu gucken so wie ich jetzt in die kamera schaue sondern das beste ist wenn ihr euch zeitlich hinstellt dass ihr schulter an schulter steht oder wenn ihr an einem tisch seid dass ihr über die kante setzt vom tisch also übers eck und eben diese konfrontation dieses hart auf hart einfach zu vermeiden dann beim einkaufen also supermärkte nutzt natürlich auch psychologie und wenn ihr zu einem regal kommt das erste was sie eigentlich sozusagen auf augenhöhe habt sind ja die produkte die natürlich auf eurem kopf höhe sind und dort stehen meistens die teureren produkte also wenn ihr versucht oder wenn ihr darauf achtet schaut mal unten im regal bzw oben im regal sind meistens die billigeren produkte weil halt ihr auf augenhöhe produkte die sind die am meisten gegriffen werden weil wir sie halt als erstes sehen dann gibt es zwei drama im leben und das fand ich irgendwie dass es könnte man auch mit dem video drüber machen aber diese zwei drama theorie sagt einfach dass man sozusagen einen unerfüllten einen unerfüllten wunsch hat im leben und einen erfüllten wunsch und das bedeutet einfach wenn ihr zum beispiel wunsch habt und ihr wollt es unbedingt dann seid ihr die ganze zeit auf der jagd sozusagen nach diesem wunsch und ihr werdet aber nicht glücklich weil ihr diesen wunsch nicht erfüllt bekommt ihr schafft es nicht ihr kommt da nicht hin dann im gegensatz dazu gibt es den erfüllten wunsch also ihr erreicht ein ziel und was ist dann weißt du ihr steht dann vor so einer großen lehre und das besagt einfach dass man einfach nur wunschlos glücklich sein kann weil wenn man es erreicht hat dann steht man vorne im großen nichts und weiß nicht was und wenn man es nicht erreicht bzw nie erreicht dann ist man auch nicht glücklich weil man hat versucht immer dieses ziel zu erreichen deswegen kann man eigentlich nur wunschlos glücklich sein gut kommen wir zum vielleicht interessanteren thema und zwar zum thema dating wenn ihr zum beispiel ein interesse an einer person habt und ihr merkt so okay ihr lernt die vielleicht ganz neu kennen ihr seid unterwegs irgendwie in bars oder auch ganz wo anders das kann ja auch in der schule oder in der uni sein und das erste was ihr machen müsst ist natürlich irgendwie vertrauen aufzubauen um mit der person halt irgendwie näher zu kommen ich werde jetzt nicht sagen so ja das müsst ihr machen um sie anzusprechen oder sowas das werde ich darauf werde ich nicht eingehen aber es geht halt einfach so um also allgemeine themen was man machen kann um halt zu sehen okay hatte hat die andere person auch interesse oder hat sie eher halt so eine ablage zu mir dann also was es gibt ist gemeinsamkeiten das ist ganz wichtig und da wird ja immer gesagt sucht euch irgendwie ein gemeinsames thema wenn zum beispiel small talk führt fragt sie halt was sie gerne macht oder was diese sportart was sie für sport macht und dann versucht er irgendein gemeinsames thema zu finden was da aber viel effektiver ist wenn ihr ein gemeinsames thema findet wo ihr beide eine abneigung gegen hat also worüber ihr zum beispiel lästern könnt sei es jetzt über irgendeine fernsehshow über irgendeinen superstar oder sowas weil das schweißt deutlich mehr zusammen als wenn ihr über eine gemeinsamkeit redet über was ihr oder was ihr beide mögt sehr interessant dann augenkontakt und lächeln also wenn eine person viel augenkontakt zu werft oder halten lächeln das schüttet endorphine aus und ihr wisst also natürlich das ist auch viel chemie und alles was so in unserem körper abgeht das ist extrem wichtig den namen wiederholen wenn ihr zum beispiel euch mit einer person unterhaltet sprecht die person mit ihrem namen an das wirkt unterbewusst ihr wirkt sympathischer ihr baut vertrauen auf und das ist echt effektiv ihr dürft es natürlich nicht übertreiben ihr könnt nicht in jedem satz sagen so hey oder sowas aber das könnt ihr ab und zu mal machen dann derselbe humor schaut zum beispiel auf was oder was die person lustig findet mit der ihr sprecht und dann könnt ihr ja irgendwie versuchen darauf einzugehen oder beziehungsweise diese art von witzen zu machen weil humor verbindet extrem stark was auch wichtig ist zuhören wenn ihr zum beispiel jetzt mit einem mädchen unterwegs seid und die erzählt euch ja ich gehe gern reisen und ich war jetzt da zum beispiel in frankreich oder ich das ist mein lieblingsmusiker oder vielleicht maxim fußballverein dann merkt euch das weil wenn ihr irgendwann mal was schenken wollt zum beispiel zum geburtstag oder an weihnachten dann habt ihr hier eine super möglichkeit zum beispiel wenn sie jetzt keine ahnung bei münchen fern ist oder so dann könnt ihr ein trikot schenken oder wenn sie justin bieber fern ist dann schenkt ihr halt konzertticket oder sowas und ja also da gibt es viele möglichkeiten und hört da einfach zu macht euch eventuell notizen falls es euch nicht merken kann das ist immer hilfreich dann positiver eindruck also menschen umgeben sich gerne mit positiven leuten das heißt wenn ihr jetzt so anfang mit der person zu erzählen erzählt eher positive sachen als negativ also erzählt nicht so ja mein leben ist gerade so scheiße und bla so mit leuten mit solchen leuten möchte man eigentlich nicht gerne zeit verbringen natürlich ihr dürft jetzt nicht so dieses perfektionistische dass bei euch alles immer super läuft und sowas so was macht man auch nicht weil fehler machen auch sympathisch aber versucht halt einfach immer ja eine positive stimmung zu verbreiten geheimnisse verraten wenn ihr der person kleine geheimnisse verratet das zeigt dass ihr ihr vertraut dass ihr beziehungsweise ihr die person wichtig findet und natürlich dürft ihr jetzt nicht euer dunkelstes geheimnis oder größtes geheimnis raushauen aber man kann da halt immer mal wieder so eine kleinigkeit raushauen und selbst wenn die andere person das erzählen würde sollte das halt nicht so schlimm sein aber so geheimnisse und sowas ist echt ein cooles mittel dann mega großes thema es ist ein bisschen umstritten aber das ist so eigentlich mein lieblingsthema wenn es darum geht das nennt sich mirroring also spiegeln wenn ihr zum beispiel mit einer person essen seid und ihr wisst noch nicht so genau hatte jetzt interesse an mir ist vielleicht euer erstes date und wenn ihr schon während dem gespräch so läuft alles easy locker dann könnt ihr mal versuchen zum beispiel gegen was zu machen zum beispiel ihr fangt die ganze zeit an zu nicken während sie erzählt und dann schaut ihr drauf ob sie euch nach macht also ob sie euch imitiert und wenn sie das halt macht dann das ist unterbewusst natürlich dann hat sie schon ein interesse euch oder das ist ein indiz dafür dass sie gerne mit euch jetzt hier gerade ist zb wenn ihr irgendwo seid im fußballstadion oder so und ihr verstrengt dann mal die arme während ihr euch unterhaltet und wenn die person das auch macht das ist mega witzig und ihr lacht dann innerlich so und dann keine ahnung macht ihr vielleicht mal die hand so ans kinn und das gibt es echt viele verschiedene sachen und das ist mega witzig wenn es klappt und ihr dürftet es natürlich auch nicht übertreiben und ihr müsst aber auch bedenken falls sie es nicht macht das hat auch überhaupt nicht zu heißen also selbst wenn sie es nicht macht kann sie euch trotzdem natürlich mögen dann körpersprache ist auch sehr wichtig also ihr solltet natürlich versuchen offen gerade zu sitzen und interessant sind die hände ihr solltet die hände offen auf dem tisch haben am besten dass man eure handflächen sieht oder sowas weil das ist so von früher man wusste nie okay es sind die leute bewaffnet weil wenn ihr mit den händen unter dem tisch sitzt du und ihr macht irgendwie was bewegt dass euer gegenüber kann unter den tisch nicht sehen die wissen nicht was sie machen und dann ist es so unterbewusst dass du halt so sagst du oder dass du ein misstrauen erwächst und da müsst ihr ein bisschen aufpassen was haben wir noch genau bei körpersprache da hatte ich mir noch aufgeschrieben wenn zum beispiel in der gruppe dasteht und ja irgendjemand macht einen witz und ihr fangt an zu lachen ihr schaut meistens die person an mit der ihr am vertrautesten seid wenn ihr lacht also ihr sucht sozusagen den augenkontakt zu dieser person und bei männern ist es zum beispiel auch so wenn irgendeine gefahr entsteht das heißt wenn jetzt plötzlich ein lauter knall kommt dann achtet mal drauf auf wen der mann oder jetzt der junge auf wen der als erstes schaut in der gruppe weil er versucht immer sozusagen das ist so ein instinkt sein baby sag ich jetzt mal zu beschützen und wenn jetzt knall kommt und er guckt sofort auf was ist mit was mit meiner wichtigsten person sozusagen und da könnt ihr dann auch immer sehen okay wem ist der jetzt hier am wichtigsten sozusagen vorbeugen während des gesprächs also wenn ihr mit dem am essen seid und es läuft gut dann achtet mal drauf oder ihr könnt es auch aktiv machen dass ihr der person immer näher kommt das sagt man ja auch so ihr nähert euch an also ihr wandert immer ein bisschen näher sozusagen an die kamera und irgendwann seid ihr halt nah oder seid dann auch so nah dass sie zum beispiel die hand von dem anderen greifen könnt ist natürlich erst ein fortgeschicktes statum aber das funktioniert auch dann den kopf leicht nach links neigen und ich glaube für die kamera in die richtung ich weiß es nicht genau aber also männer sollten den kopf leicht nach links zeigen das hat irgendwie eine psychologische wirkung ich weiß es nicht aber das ist unterbewusst was aufgenommen wird ist es auf jeden fall besser als wenn ihr den kopf nach rechts neigt deswegen immer leicht nach links zeigen natürlich auch nicht übertreiben aber ja das funktioniert auch dann frauen schauen unterbewusst auf die lippen also das bedeutet wenn ihr euch mit einer frau unterhalt und die frau hat interesse an der mann dann schaut sie euch auf die lippen männer fassen sich zum beispiel an die nase wenn sie nervös sind gibt es bestimmte nervenstränge und die reden dann und dann fassen sie zum beispiel nase kratzen so und ja bei männern gibt es natürlich auch noch eine andere möglichkeit wo ihr seht ob die interesse haben dass ihr das spürt müsst ihr natürlich schon ein bisschen kontakt haben und ja ich denke jeder weiß was ich meine körperkontakt leichte berührungen das ist auch extrem gut um irgendwie sympathiepunkte aufzubauen wenn ihr zum beispiel euch unterhaltet dann berührt den am arm oder wenn ihr lacht dann berührt den mit der schulter irgendwie so versucht halt körperkontakt aufzubauen um einfach euer vertrauen zu stärken dann was auch extrem geil ist das ist auch jetzt der letzte punkt ich glaube das video war relativ lang es sind so genannte trigger das bedeutet wenn ihr zum beispiel einen gewissen geruch oder sowas riecht wenn ihr irgendwo hinkommt ihr verbindet das sofort mit irgendeiner situation mit einem gefühl und das ist das ist ja das wenn zum beispiel das parfüm vom ex partner jemand neues auf hat dass ihr riecht es habt in der nase und sofort mit den gefühlen oder mit den gedanken beim ex partner weil das hat euch so geprägt und das also das kann man positiv und natürlich auch negativ nutzen wenn ihr zum beispiel wisst das ist das lieblingslied von eurem partner oder von eurem date und ihr holt das mit dem auto ab dann kommt ihr dorthin macht halt kurz bevor ihr da ankommt dieses lied an und wenn sie ins auto steigt hört sie schon mal ihr lieblingslied ich meine wie cool ist das denn dann hat sie schon mal sofort positive stimmung findet es geil das ist unterbewusst dass dieses lied läuft und sie wird es euch ja nicht unterstellen sozusagen das ist mega cool und das könnt ihr auch also mit gerüchen zum beispiel machen wenn ihr wenn ihr wisst jetzt okay die steht irgendwie auf das und das parfüm weil sie das mal erwähnt hat oder das dio gefällt ihr gut ihr könnt auch mit ihr parfüm gehen kaufen gehen können ist ja auch easy und dann nehmt ihr halt das und halt nicht euer anderes und da gibt es verschiedene sachen und das kann man echt cool nutzen ja das war's jetzt mit meinen punkten ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr mehr von solchen themen beziehungsweise so psychologie tricks sehen wollt dann könnt ihr das gerne kommentieren oder like das video damit ich sehe dass es euch gefallen hat und ja ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal